Passengers Eine erotische Fantasie für sie und ihn. Denn ich glaube es gibt eine Menge Männer, die sich das ziemlich gut vorstellen würden, mit Jennifer Lawrence alleine und isoliert auf einem Raumkreuzer zu sein, und bestimmt die eine oder andere Dame, die sich das mit Chris Pratt gut vorstellen kann. Aber im Film haben die beiden nur mal einander. Ich bin an dem Film relativ unvoreingenommen rangegangen, einfach indem ich mir nur den Trailer angesehen hatte und noch nicht irgendwie weitere Inhaltsangaben oder Kritiken oder sonstiges. Deswegen war ich vom Resultat ein wenig überrascht. Nicht immer nur positiv, aber es liegt letztlich bei euch, was ihr daraus macht. Ja, worum geht's? Es geht um das Raumschiff Avalon. Das befindet sich auf einem 120 Jahre dauernden Flug von der Erde zu einem Zielort, zu einer Kolonie. Die Passagiere sind in Kälteschlafkammern gepackt, ruhen. Doch nach etwa 30 Jahren der Reise wacht der Mechaniker Jim an Bord des Schiffes auf. Er ist der Einzige, er ist allein und er hat keine Ahnung, warum er überhaupt wach ist. Hier muss ich jetzt harmlos spoilern, ist aber nicht so wild. Der Trailer hat das bewusst falsch dargestellt. Der Trailer stellt es so dar, dass eben Chris Pratt und Jennifer Lawrence zeitgleich erwachen. Ist aber nicht so, sondern es dauert eine gute halbe Stunde, bis Jennifer Lawrence im Film auftaucht und die erste halbe Stunde ist Chris Pratt wirklich alleine. Und im Grunde ist es mein letztliches Fazit des Films, der Film besteht aus vier Teilen, die stellenweise sogar in ganz unterschiedliche Genres geraten. Denn man hat einfach diese Rahmensituation, das Raumschiff, das unterwegs ist, die dort isolierten Personen, und der Film handelt vier Genres ab. Das erste ist quasi eine Robinsonade. Man hat wirklich für eine halbe Stunde, wie Chris Pratt versuchen muss, hier alleine auf dem Schiff zurechtzukommen, irgendwie, keine Ahnung, sich den Umständen anzupassen. Der zweite Teil ist dann der Part, wenn Jennifer Lawrence wach ist, erstmal eine Romanze, wie die beiden sich dann auf diesem doch ungewöhnlichen Umständen so langsam näher kommen und so weiter. Der dritte Teil, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, ist ein Drama. Und im vierten Teil gibt es dann ein Action-Finale, wo es dann einfach darum geht, eine Beschädigung des Schiffes abzuwenden und wieder beizufügen und das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Kurz gesagt, es ist einfach dieser große Rahmen, dieses Raumschiff, dieser Look. Und jede dieser vier Parts hätte keinen vollständigen Film ergeben, die gibt man aber hier dann in einen zusammen. Deswegen könnte der eine oder andere enttäuscht sein, weil wer nur auf einen romantischen Science-Fiction-Film aussieht, also vor allem auch den Romanzen-Teil aus ist, dem wird zu wenig davon bekommen. Wer aber auf einen Action-Part aussieht, der ist ebenso. Also wer nur auf bestimmte Teile aus ist, der könnte eher enttäuscht werden. Wer aber mit allen Genres was anfangen kann, beziehungsweise den Film so als Ganzes nimmt, der könnte durchaus ein paar Pluspunkte in einem verachtlichen Film finden. Ich selber ja, ich selber habe ein großes Problem, da müsste ich jetzt spoilern, was ich aber nicht so werde, nur so viel. Relativ früh im Film macht Chris Pratt's Figur etwas sehr Verwerfliches, was für mich dann den gesamten restlichen Film getrübt hat, weil ich mit seiner Figur nicht mehr so mitfiebern kann. Das ist aber auch schon der größte Nachteil. Ansonsten kann man dem Film natürlich nur Lob aussprechen für seinen Look, also dieser Sci-Fi-Look. Es ist, glaube ich, das, was ein Kumpel von mir Slow Sci-Fi genannt hätte. Also der Film ist über sehr große Strecken sehr langsam erzählt, hat stellenweise und über sehr lange Strecken keine wirklichen Handlungsentwicklungen. Einfach, eben allein die erste halbe Stunde, es passiert nichts, Chris Pratt ist allein auf diesem Schiff, das war's. Der zweite Part, die beiden sind beide wach, die beiden fangen an sich an zu nähern, aber drumherum, das Schiff bewegt sich zwar weiter, aber es hat ewig lange Passagen, in denen quasi der Plot nicht vorankommt. Das wird von den beiden großartigen Hauptdarstellern natürlich aufgefangen und das sind natürlich genau die Namen, die man bei so einem Titel auf dem Plakat haben will. Aber letztlich liegt es eben beim Zuschauer. Man kann diesen Film unglaublich langweilig finden, weil sehr lange Strecken sehr wenig passiert. Man kann ihn aber ebenso spannend finden. Also insgesamt muss ich sagen, das letzte Stück, so dieses Finale, war so spannend, dass es mich dann doch nochmal gepackt hat, weil ich den Film schon eigentlich bei relativ nüchternen 3 von 5 Punkten gesehen habe. Aber eben dieser letzte Teil hat mich nochmal rausgeholt, damit habe ich auch schon gespoilert, nämlich 4 von 5 Punkten ist meine Wertung für den Film. Es ist nicht makellos und nicht jeder wird damit zufrieden sein, weil er eben verschiedene Schwerpunkte setzt und nicht jeder wird in allen Zufriedenheit finden. Aber insgesamt ist es, und das ist wirklich das Fazit, ganz großes Kino, ganz dickes, fettes, episches Bild- und Tonmaterial und großes Starkino. Und deswegen, wir beginnen das Kinojahr mit einem aussichtsreichen Film, der durchaus Lust auf mehr Kinogänge macht. Wie seht ihr das? Findet ihr die Vorschau ansprechend? Wie findet ihr den generellen Film so, wie er auf euch wirkt? Oder habt ihr ihn gesehen? Dann lasst mich das wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt wie immer auch gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne bei der nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Ciao.